Zehntausende von begeisterten Fans aus Niedersachsen kamen heute auch nach Bremen, um beim Fantag von Werder Bremen dabei zu sein. Besonders nach dem gestrigen Sieg über den neuen Erzrival in Bayern München und dem Gewinn des Liga-Pokals schwebt die Mannschaft mit ihren drei Nationalspielern natürlich auf einer Woge des Selbstvertrauens und der guten Laune. Beste Voraussetzungen also für die Fans, diese gute Laune der Stars auszunutzen und ihnen möglichst nah zu kommen. Wie weit das möglich war, schildert uns Joachim Reinshagen. Grün und Weiß, das sind die Farben ihres Lieblingsvereins. Bianca Ullrich ist extra mit ihren Freundinnen aus Braunlage im Harz hergekommen, nur um ihre Lieblingskicker einmal hautnah zu erleben. Sie war 2004 zur Meisterfeier, hat ihr Ailton die Hand gegeben und da hat sie noch Monate von geschwärmt. Da wollte sie unbedingt mal wieder die Spieler aus der Nähe sehen, weil das was anderes ist als immer noch im Stadion von weit weg. Und heute haben wir hoffentlich die Chance mal nah heranzukommen. Miro Klose, Torsten Frings und Tim Burowski. Rund 30.000 Fans sind neugierig auf die Mannschaft. Der Tag der Fans rund um das Weserstadion hat mittlerweile Tradition. Tore schießen wie die großen Vorbilder. Besonders bei den jungen Fans ist die Werder-Party sehr beliebt. Bereits am Vormittag das öffentliche Show-Training der Werder-Mannschaft. Nach dem 2-0-Sieg im Liga-Pokal gestern gegen die Bayern ließen es die Spieler heute ein bisschen lockerer angehen. Inzwischen scheint auch klar, Nationalspieler Per Mertesacker wechselt von Hannover nach Bremen. Beide Bundesliga-Klubs sollen sich nach Agenturangaben bereits auf einen Transfer geeinigt haben. Die lange Anreise hat sich gelohnt. Dass wir extra hierher gekommen sind, um das zu gucken. Also das finde ich richtig toll, so ein Fußballspiel, also so ein Fußballtraining zu gucken. Also es ist schön. Stundenlanges Anstehen für ein Autogramm. Der Kontakt mit seinen zahlreichen Fans ist auch für WM-Star Torsten Frings sehr wichtig. Wir unterstützen uns das ganze Jahr. Da ist es das Mindeste, was wir tun können, hier für die Fans Autogramme zu schreien. Besonders begehrt die Unterschrift des WM-Torschützenkönigs. Es ist schön, die Begeisterung zu sehen. Ich hoffe natürlich, dass die Stadien wieder befüllt sind, so wie es bei der WM der Fall war. Und dass wir wieder eine gute Stimmung in den Stadien haben. Werder wird auf jeden Fall Meister, das kann ich dir garantieren. Ja, ganz klar Meister, ne? Also die Bayern sehen nicht so gut aus dieses Jahr, haben wir ja schon gesehen. Der Klose, der dreht nochmal richtig auf. Auf ich mach. Ohne Autogramm fahren sie nicht nach Hause. Bianca Ullrich und ihre Freundinnen müssen noch Schlange stehen. Alles für ihren Lieblingsverein.